medienschau der morgendliche überblick 8 uhr es ist freitag der 10. februar 2023 wiederholungswahl in berlin wahlprognosen unzuverlässig vor der wiederholungswahl zum berliner abgeordnetenhaus am sonntag liege die cdu weit in führung berichtet welt laut einer insa umfrage für die bild käme die cdu auf 25 prozent die spd mit der regierenden bürgermeisterin giffey erreiche demnach 19 die grünen 18 die linke 12 und afd 10 prozent die fdp liege zwischen 5 und 6 prozent laut tagesspiegel zweifeln jedoch selbst die meinungsforscher an der verwertbarkeit ihrer wahlprognosen es gäbe viele unentschiedene wähler die wahlbeteiligung sei kaum absehbar und auch den fall einer wiederholungswahl habe es noch nie gegeben inflation verspätete bekanntgabe hoher teuerungsrate erstmals seit seinem bestehen gab das statistische bundesamt gestern die monatliche inflationsrate für deutschland verspätet an neun tage nach dem üblichen termin teilte es mit die inflation habe im januar bei 8,7 prozent gelegen das berichtet die fatz im vormonat habe der wert bei 8,6 prozent gelegen im dezember hätten jedoch staatliche eingriff für die zahl künstlich verringert insbesondere die übernahme der gas abschläge für privataushalte ursache der verspäteten mitteilungen durch das bundesamt seien software probleme gewesen migrationskrise mehrere eu-mitgliedstaaten befürworten bau von grenzanlagen laut nzz süddeutscher zeitung und handelsblatt setzen sich neben österreich die niederlande italien und schweden auf einem eu-sondergipfel für den bau von zäunen an den eu-außengrenzen ein die regierungschefs dieser länder seien sich einig dass der zustrum illegaler einwanderer in die europäische union auf diese weise begrenzt werden müsse deutschland und die kommissionspräsidentin von der leyen lehnten diese vorschläge ab staatsmedien ard plant 250 millionen euro ausgaben unter anderem für klimakompetenzzentrum die ard plant für ihr digitales streaming angebot in den kommenden jahren 250 millionen euro auszugeben unter anderem sollen sogenannte journalistische kompetenzzentren mit den themenbereichen hörspiel gesundheit verbraucher und klima geschaffen werden das berichtet die junge freiheit anschlag auf pipeline nordstream 2 russland bekräftigt schuldvorwürfe gegen die usa laut dem russischen staatsmedium rt habe die russische regierung informationen die auf eine angelsächsische beteiligung an dem anschlag deuten diese decken sich laut einem krimmelsprecher mit den enthüllungen des pulitzer preisträgers samur hirsch hirsch hatte am mittwoch berichtet die us-regierung hätte nordstream 2 durch ferngesteuerte sprengsätze zerstört russisch-ukrainischer krieg ukraine kann internetverbindung nicht militärisch nutzen wie bbc berichtet könne die ukraine ihre satellitengestützte internetanbindung über die us-firma spacex nicht für militärische zwecke verwenden dazu gehöre vor allem die steuerung so genannter drohnen das unternehmen spacex schließe dies durch entsprechende technische hindernisse aus eigentümer des unternehmens ist der us-südafrikanische milliardär elon musk die hauptnachrichten des staatsfernsehens berichteten gestern über hilfen für die erdbebenopfer in syrien und der türkei forderungen des ukrainischen präsidenten an die eu nach waffen die einführung des sogenannten 49 euro tickets den tod des us-komponisten bert beckerek und eine gemäldeausstellung in amsterdam von den meldungen dieser medienschau fand in den nachrichten des staatsfernsehens lediglich die anhaltend hohe inflation erwähnung das war die medienschau redaktion paul brandenburg sprecher janjord münter so 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 so